Bhagavad Gita, Vers 4.20 Er gibt jede Anhaftung an die Ergebnisse seines Handelns auf, ist immer zufriedengestellt und unabhängig und führt daher keine fruchtbringenden Handlungen aus, obwohl er mit verschiedensten Unternehmungen beschäftigt ist. Erklärung Diese Freiheit von der Fessel der Handlungen ist nur im Krishna-Bewusstsein möglich, da man alles für Krishna tut. Ein Krishna-bewusster Mensch handelt aus reiner Liebe zum höchsten persönlichen Gott und haftet daher nicht an den Ergebnissen seines Handelns. Er sorgt sich nicht einmal um seine Erhaltung, da er völlig auf Krishna vertraut. Auch ist er nicht darum bemüht, sich Dinge anzueignen oder Dinge zu schützen, die bereits in seinem Besitz sind. Er erfüllt seine Pflicht nach bestem Vermögen und überlässt alles andere Krishna. Solch ein unangehafteter Mensch ist immer frei von allen guten und schlechten Reaktionen. Es ist, als handle er nicht. Das ist das Zeichen von Akarma, von Handlungen, die keine Reaktionen mit sich bringen. Jede andere Handlung, die nicht im Krishna-Bewusstsein ausgeführt wird, bindet den Handelnden und wie zuvor erklärt wurde, ist dies die wirkliche Bedeutung von wie Karma.